warte gott hier ist jetzt ne truhe ach hier ist noch ein hebel ja warte mal dann drückst du ne jetzt was bringt dir der andere wieder geradeaus ich gehe noch mal zu dem anderen es geht zu dem hier wird noch mal doch jetzt kann man nicht mehr zurück warte mal noch mal zurück ja das problem ist dann komm ich halt nicht mehr zurück ich auch nicht mehr drück machen wir noch mal zu gott hast du in den ecken ist doch so komisch oben rechts in die ecke du kannst du hast so ein portdings oder dieses komischer leuchtende blaue symbol hast du was verdammt moment so warte mal jetzt komm mal so jetzt kommst du mit mir hierhin mal da ja coole sache kommen wir schon weiter uhr drei truhen boah staff noch mehr staff oh gott big one hab ich schon wieder oh mein gott schon wieder zu den defizierbaren gegenstände so verkaufen oh ich hab das nächste spaltruf 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 ah nice ich hab das nächste item gefunden also jetzt hab ich bald hof sandalen und bald hof weste jetzt darf ich meinem pet wieder stuff geben so wie weit bist du jetzt da also ich bin ne durch fragt mich grad wo wir hin müssen dann ist genau da in die mitte wo wir noch nicht waren warte mal wo ist das logbuch nochmal meinst in die mitte weg die geister und zwar müssen wir die tempel Prozent Anlage betreten Ku war das ne Alter ich habe ich das ist versuchten Oh, Bombe! Ach hier hoch, stimmt. Ja, ja, wieder eine Orangeschaft. Ja, Orangeschaft, ne? Ja, Orangeschaft. Hier ist noch nichts. Hä? Würde den Staff da haben? Welchen Staff bitteschön? Der hier bei mir rumlag. Für Gold und so weiter, was ich aufgesammelt hab. Ah, sorry, sorry, sorry. Macht nichts. Ist eh mein Hund, der sich da gerade rumboxt. Hast du schon wieder ein Level up? Ach, ne. Oh, hinter dir. Ich weiß, dass der hinter mir ist. Ich hab schon Level up, ja. Du wieder? Ja. Ich noch nicht, ich bin jetzt immer noch Level 10. Ja, ich bin jetzt glaub ich auch Level 10. Hä? Hast du grad eben auch, oder? Nein. Oder ich weiß jetzt nicht. Oh. Naja, für den Bossgegner war das grad sehr mager. Ja, echt, ja. Da droppen die normalen. Ja, das sind keine Bossgegner. Ja, so Zwischengegner, ne? Ja, so ungefähr. So ne, sagen wir mal so ne Wächter, ja. Ach, komm, ich will die Mana dran haben. So, bist du soweit? Moment. Ja, Moment. Erstmal ein bisschen looten, ne? Ah, hier ist doch noch Stuff. Ah, hier ist nochmal so ein Vieh. Wo? Hier. Ach, da oben. So, bam 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 bam. Oh, noch mehr Zeugs, ey. Wären ja mit Zeug zugeballert. Echt, ey. Das ist richtig extrem. Guck mal hier, schon wieder Gold, hoffenweise Kram. Ja. Also an Geld probieren soll es nicht mangeln. Das soll es echt nicht. Ah. Ganz kleines Momentchen, hier habe ich noch bisschen Stuff vergessen. Ja, das Soundprogramm mal wieder, ey. Das ist so extrem. Gestern ging es alles so schön, heute spackt es einfach. Heute nervt es einfach nur noch. Und ich bin da jetzt runtergegangen, ja. Ach, du bist schon unten? Ja, weil ich brauchte nichts mehr. Da war kein Loot oder gar nichts mehr. Okay. Das ist alles Kacke, was ich hier nicht brauche. Äh. Äh, 25 Schaden von Begleitung, bla bla bla. Verkaufen. 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 Oh. Ach, ver- So. Den gebe ich dir gleich. Den behalte ich, ähm. Was willst du mir denn geben? Moment kurz. 4, 5, 6. So, ich möchte die geben ein kleinen Zauberstab. Nein. Verklickt. Alter. So. Was willst du mir geben? Ein kleines Geschenk. Ja. Schon wieder, ja. Ja, schon wieder. Komm. Dann klick auch mal. Ja, danke. Kann ich da nicht tragen. Aber es ist halt eher was für dich als für mich, ne? Jo. So, jetzt schicke ich erstmal hier. Können wir? Ja. Ja. Gut. Bosskampf würde ich mal sagen, ja. Ja. Wo? Ach, da. Oh. Da ist der auch schon. Bam. Au. Oh. Oh, 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 oh. Neben bei einer Daunt, neben bei einer Daunt. Also, ich bin down gewesen. Ich noch nicht. Geil. Mal. Von. Nein. Ja, rennt du mal schön weg. Und so. Oh. 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 Da bist du ja wieder. Ja. Boah leck mich. Macht der grad glaub ich. Boah. Ich drück doch die 4. Nein. Mana ist auf 3. Naja. Nee. Bei mir ist Mana auf 2. Ich mein meine Attacke. Oh. Verdammt. So. Der Scheiße ist zurück. Maaan komm. Bist du denn? Hier direkt daneben an. Auf dem der grad geschossen hat. Komm den kriegt man noch. Komm schon. Nein. Ja endlich. Endlich. Guck mal und da unten. Da warst du für elf. Echt? Ich bin zu für elf grad. Hier rum. Oh auch noch. Da wie bist du da unten. Da runter. Nach der Kiste aber. Ah. Er muss erstmal die ganze Kiste aufmachen hier. Ja ach. So. Da hinten ist Truhe. Oh ne. Oh. Noch ne Truhe. Ach soff soff. Bringt ja nicht viel. Komm. Kleinvieh macht auch Mist. Ja das stimmt. Geiler Blutfleck. So. Kommandeurin wähl. Sag mal ganz kurz ruhig. Wir kamen dazu als der Alchemist die Wächterin überwältigte. Aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit. Okay. Äh ja. Okay. Erstmal leveln. Der Alchemist hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gewahrt. Er hat mir Energie entzogen. Um Ordrags Herz zu stärken. Das durch die Zerstörung von Totschreit geschwächt war. Mit der Krämpfe von Gott und Gott. Und ich hab das Ding schon mal auf der ersten Bonus. An den Totschreit verifeln. Okay. Boah ich hab so... Ich denke die Wächterin des Wahnsinns. So wollen wir? Äh fast. So. Hier ist nämlich ein Portal deswegen frage ich. Gut Moment ich muss doch die Quest annehmen. So. Warte mal. Wo? Ne. Können wir? Ja. Können. Gut. So. Da würde ich mal sagen. Hier machen wir einen kleinen Cut. Jetzt ist das mir weg gewesen. Wir machen hier einen kleinen Cut. Und ich hoffe dass das jetzt alles so schön gut geklappt hat. Mit dem Sound. Auch wenn der Sound bam abgekackt ist. Äh. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht auch bald und so. Und äh. Ich sag dann mal. Oder wir sagen dann mal wieder. Haut rein aber nicht zu feste. Bye bye. Ciao.